Oh shit, meine lieben Freunde, also es geht wirklich heiß her, der YouTube-Kanal Cream wurde eröffnet, meine lieben Freunde, also wie es aussieht, erwartet uns in den nächsten Wochen ein wirklich sehr krasser Song von den Rappern Batuu und Eren Can, meine lieben Freunde, also der Track nennt sich Wir Rollen, meine lieben Freunde und, ähm, ja, die Szene ist gespannt, was die Rapper jetzt abliefern werden, ist jetzt natürlich sehr spannend, meine lieben Freunde, ich blette euch jetzt mal kurz einen kleinen Clip ein, könnt ihr euch gerne reinziehen, meine lieben Freunde, 20.000 Abonnieren, Abonnenten brauchen die zwei und dann geht es ab wie auf der Love Bridge Boah, mein Bruderherz, Alter, wir sagen, unterwegs in einem Benzer, Bruder, aber wir sind fort unterwegs, Alter, was machen wir jetzt, Bruder, wie, wie regeln wir das jetzt? Bruder, noch läuft nicht, ich würde sagen, bei 20.000 Abonnenten auf YouTube, rollen wir in einem Benzer, Alter, dann rollen wir in einem Benzer, Bruder, dann laden wir das Video einfach hoch So, was ist mit Spotify und so, das ist noch nicht abgegeben, Bruder Weißt du, was das Ding ist? Wir geben einen Fick, wir laden es einfach hoch Einfach hochladen? Einfach hochladen, wir warten auf niemanden bei 20.000 Abonnenten, das Video ist online 20.000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal und das Video kommt sofort Ja, meine lieben Freunde, habt ihr diesen Rapper schon abgecheckt? Kennt ihr Ehrenjan? Habt ihr vielleicht schon mal was von ihm gehört? Oder vielleicht auch schon sogar einen Track? Wie findet ihr den Rapper? Wie findet ihr Bartu? Wie findet ihr das, dass er langsam anfangen will, jetzt wirklich intensiv mit der Musik anzufangen? Also jetzt nicht nur hobbymäßig auf Instagram Schreibt mir gerne einen Kommentar, meine lieben Freunde Insbesondere würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert Seid wirklich immer regelmäßig am Start und vergisst nicht Peace and out Peace and out Peace and out Peace and out Peace and out